Ja, herzlich willkommen. Heute bei mir zu Gast Martin Görsch, der sehr erfahrene Day Trading Coach, weist schon mehrere Jahrzehnte Börsenerfahrung auf, ist absolut begeistert vom Ichimoku Kinkuhio Indikator, wie ich auch und natürlich sehr erfahren im Umgang mit COT, Commitment of Trader Daten. Dazu gibt es heute ein paar Informationen sowie auch wichtige Ankündigungen für den weiteren Verlauf von Webinarreihen. Bleibt da auf jeden Fall dran. Viel Spaß mit dem Video. Ja, Martin, ich habe mich natürlich informiert vor unserem Gespräch. Du hast ja diese Website Day Trading Coaches Anticipate Success. Welche Tools benutzt du, um den Markt zu antizipieren? Ja, da habe ich natürlich verschiedene Tools, aber ich sage mal, das, was für mich am wichtigsten ist, ist im Prinzip der gesamte Bereich der Chart-Technik. Ja, da nehme ich Unterstützung mit rein, Widerstände, Chart-Formationen, finde ich total wichtig, sind auch relativ einfach zu traden, von daher im Prinzip auch für jeden gut geeignet und natürlich so ein Grundgerüst an Indikatoren, die man draufhaben sollte und das ist das, womit ich überwiegend arbeite. Ja, also ein Chart-Signal, was ich für mein persönliches Trading auch sehr gerne nutze, ist der Ichimoku Kinkuhio Indikator. Habe ich auch schon mal bei dir gesehen, dass du den sehr gerne benutzt. Warum nutzt du ausgerechnet diesen Indikator? Weil es relativ simpel ist vom Aufbau her und ich bin ein großer Freund vom KISS-Prinzip, ja, keep it simple, stupid, da hat man eben keine so hohe Fehleranfälligkeit. Am Ende ist es so, Trading ist keine Raketenwissenschaft. Es geht darum, einen Vorteil zu identifizieren und ein Handelssystem in der Hand zu haben mit einem positiven Erwartungswert, was uns die Möglichkeit bietet, langfristig damit Geld zu verdienen. Und Ichimoku ist jetzt etwas, wir brauchen im Prinzip nur einen einzigen Indikator, den wir uns in den Chart einblenden. Das ist eine Kombination aus mehreren Elementen, die da drin sind, aber der liefert uns ganz eindeutige Signale. Wir kriegen eine eindeutige Beurteilungsmöglichkeit für den Trend, Aufwärtstrend, Abwärtstrend oder trendlose Phase. Damit wissen wir schon mal prinzipiell, was wir handeln wollen. Und wir kriegen ganz klare Handelssignale angezeigt. Und das ist der große Vorteil. Wir haben ein System an der Hand, was uns replizierbare Ergebnisse liefert. Und deswegen ist das eine sehr schöne Art und Weise, damit eben zu arbeiten am Markt. Ja, also Ichimoku, sagst du auch, ist ein sehr reichhaltiger Indikator. Absolut. Was wären denn für dich auf der Gegenseite so die Schwächen von diesem Indikator? Also was kann der Ichimoku nicht leisten? Der guckt natürlich überhaupt nicht auf Fundamentaldaten. Das ist ein rein preisbasiertes Indikatorenkonzept, sag ich mal, was zu 100 Prozent auf Kursdaten der Vergangenheit basiert, wie im Prinzip jeder Preisindikator. Wir können ja nicht in die Zukunft schauen, sondern wir können nur mit dem arbeiten, was schon abgearbeitet worden ist an Kursen. Und daraus wird eben dieser Indikator erstellt. Und die große Schwäche ist, dass wir keine Möglichkeit haben, hiervon irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen auf die fundamentale Situation eines Unternehmens zum Beispiel. Oder wenn wir im Bereich der Währungen unterwegs sind, auf Zinsdifferenzen zwischen verschiedenen Ländern und so. Wir haben also wirklich nur den Kursverlauf, den wir hier berücksichtigen. Ja, so und wenn ihr jetzt gerade zuschaut und euch denkt, okay, Ichimoku klingt super, habe ich aber noch nie gehört, ja. Wir haben ein kleines Kompendium vorbereitet zur Ichimoku Kinkuhio-Indikation. Das findet ihr als CapTrader-Kunden dann in der Trading Academy. Wird auch nochmal unter diesem Video hier verlinkt. Ja, wenn ihr gerade sowieso unten seid, schreibt mir in die Kommentare doch gerne die Chartindikation, die ihr am liebsten nutzt. Würde mich interessieren. Okay. So, genau. Also, dann machen wir weiter. Und zwar, ja, bezüglich des Ichimokus. Du hast ja jetzt mit dem Görsch-Trends deinen eigenen Trendindikator gefunden. Ist das für dich sowas wie die Weiterentwicklung von Ichimoku? Wie kam es dazu? Nee, das hat eigentlich mit Ichimoku nichts zu tun, sondern es ist eine ganz andere Art und Weise, Trends zu bestimmen. Und das ist eben über die langen Jahre, die ich am Markt bin, habe ich eben festgestellt, welche Kombinationen von verschiedenen Indikatoren für mich funktionieren und habe das im Görsch-Trend auf eine Ebene runtergebrochen. Das heißt, das, was ich entwickelt habe, ist ein Indikator, der extrem leicht zu interpretieren ist. Man sieht sofort, ist der Trend aufwärts oder abwärts. Man sieht sofort, wie stark ist der Trend. Und man sieht eben auch sofort, ob der Trend gerade abnimmt oder an Stärke gewinnt. Und das sind die Informationen, die ich eben als Trader brauche. Und das ist etwas, was ich auch in Kombination mit Ichimoku immer berücksichtige. Und in dieser Webinar-Serie, die wir hier auch für die CapTrader Academy machen, wird man auch sehen, wie ich das Ganze kombiniere. Das heißt, wir schauen auf dem Chart immer auf Ichimoku, holen uns die Handelssignale aus dem Ichimoku-Trend. Und ja, im Prinzip nutze ich den Görsch-Trend als zusätzlichen Filter, um Signale zu verifizieren oder vielleicht andere Signale auszuschließen. Also, du hast den Trendindikator, den Görsch-Trendindikator angesprochen. Wer Interesse hat, kann das natürlich sehr gerne auch im CapTrader-Dashboard nutzen. Ja, also da sehr gerne auf CapTrader.com oben rechts Login und dann in die Trading Academy bzw. das Dashboard rein. Da kann man eben auch im Chart den Görsch-Trend eben mit dazufügen. Ja, dann sitzen wir allerdings hier zusammen, weil wir eben die große Liebe zum Ichimoku-Indikator teilen. Und ja, das kommt also nicht von ungefähr. Du hast da auch Großes vor in der Zukunft, habe ich gehört. Willst du also mit Echtgeld ein Live-Event veranstalten? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, das kann man sich im Prinzip so vorstellen, dass wir hier immer wieder gemeinsam Märkte analysieren. Das heißt, ich werde am Live-Chart eben zeigen, was sich für den entsprechenden Handelstag an Signalen entwickelt hat. Wir werden das gemeinsam analysieren. Ich werde genau erklären, warum ich bestimmte Setups traden würde, warum ich andere vielleicht nicht traden würde. Und genau das machen wir da eben auch in einem Live-Account mit echtem Geld. Werden wir da zeigen, wie wir diese Positionen aufbauen und auch ganz wichtig, wie wir die am Ende betreuen, damit jeder, der dazu sieht, sich dieses Vorgehen aneignen kann. Ja, es ist eine sehr einfache Möglichkeit, Märkte zu screenen. Wenn wir uns das überlegen, nehmen wir mal nur den S&P 500. Da haben wir 500 verschiedene Aktien, die wir jeden Tag traden könnten. Wie soll man da die rausfinden, die gerade sinnvoll sind und die, die vielleicht nicht sinnvoll sind? Und deswegen arbeiten wir hier mit vorprogrammierten Screenern, die man dann auch verwenden kann. Ja, und damit zeige ich, was für Handelssignale sich entwickelt haben. Wir analysieren die Märkte, wir setzen die Trades rein und betreuen die Positionen gemeinsam. Ja, wunderbar. Also finde ich sehr transparent. Ist auch bestimmt ein ganz großer Mehrwert, wenn du da mit echtem Geld dann eben deine Trades zeigst und nicht nur theoretisch drüber sprichst. Genau. Das ist schon eine ganz coole Sache. Super. Ja, dann wollte ich nochmal ganz kurz nachhaken beim Ichimoku. Da hatten wir drüber gesprochen. Ist ein sehr, sehr reichhaltiges Chart-Tool. Da gibt es ja fünf Signale, die man daraus abbilden kann. Also aus meiner Erfahrung heraus ist eben das Kreuzen der drehenden Linie mit der Standardlinie, habe ich so in meiner Vergangenheit gesehen, ein recht eindeutiges oder sehr, sehr markantes Chart-Signal. Wie sieht das denn bei dir aus? Welches Chart-Signal vom Ichimoku ist denn für dich so das Stärkste? Ja, das ist im Prinzip arbeite ich mit Zweien hauptsächlich. Das eine ist tatsächlich das, was du gerade angesprochen hast. Kreuzung, Tenkan-Sen und Kijun-Sen. Das ist so die kurzfristige Trendbetrachtung, sage ich mal. Und da sieht man relativ gut, wo neue Trends entstehen und kann dann natürlich auch versuchen, relativ schnell in diesen neuen Trends mit dabei zu sein. Und das Zweite, worauf ich achte, ist der Ausbruch des Kurses aus der Kumowolke. Ja, das ist auch ein sehr, sehr gutes, sehr stabiles, sehr starkes Signal. Und das Ganze kombiniere ich mit dem Görsch-Trend auf zwei verschiedenen Zeitebenen. Da werfen wir immer einen Blick auf das große Bild im Wochenchart und dann einen Blick auf unsere Handelszeitebene. Das ist typischerweise der Tageschart. Und aus diesen Kombinationen dieser drei Setups ergeben sich dann am Ende die Einstiege und auch die Positionen, die wir traden wollen. Ja, wunderbar, perfekt. Ja, also dann haben wir da ja schon dieselben Erfahrungen ungefähr gesammelt mit dem Kreuzen dieser zwei wichtigen Linien. Zum Thema Erfahrungen. Jetzt hast du neben den Coachings, neben den Webinaren, die du ja auch häufig bei uns gibst, auch Live-Seminare. Eins davon zum Beispiel in diesem Raum, wo wir jetzt gerade sitzen, das Ganze ist geplant für Mai, betrifft dann die COT, Commitment of Trader-Daten. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie viele Teilnehmer können daran denn hoffentlich, wenn das Ganze funktioniert, teilnehmen? Wie viele Plätze sind da frei? Also wir müssen das natürlich immer ein bisschen abhängig machen von der aktuellen Corona-Situation. Ja, wenn es so bleibt, wie es im Moment ist, dann haben wir das hier auf acht bis zehn Teilnehmer absolut begrenzt. Und der Grund ist ein ganz einfacher. Mir ist es immer sehr wichtig, auf die einzelnen Teilnehmer sehr genau eingehen zu können und auch wirklich alle Fragen zuzulassen. Und am Ende die Kunden nach Hause zu schicken mit einem kompletten Handelsansatz für diese Produkte, um die es da geht. Das ist jetzt ein Handelsansatz, der sich sehr stark im Bereich Rohstoffe und auch ein bisschen im Währungsbereich aufhält. Und ist eine nette Ergänzung im Prinzip zu allem, was Aktien-Trades sind. Ja, ich bin ein großer Freund davon, mehrere Säulen der Handelsansätze zu haben. Wir haben gerade schon über den Ichimoku gesprochen, den ich sehr viel im Aktienbereich benutze. Und im Bereich der Rohstoffe und Währungen arbeite ich eben mit den Commitments of Traders Daten und Saisonalitäten. Und diese beiden Ansätze zu kombinieren, bringt den großen Vorteil, dass man auch im Prinzip immer was zu tun hat und immer ein gutes Handelssystem an der Hand hat, wenn zum Beispiel der Aktienmarkt gerade nicht performt. Und gerade in den letzten Monaten, wenn wir es uns anschauen, wir haben viele Werte, die rutschen immer weiter abwärts. Wir haben sehr viele Werte, die laufen maximal seitwärts. Und es ist schwierig hier als Long-Only-Investor am Ende mit einem Lächeln im Gesicht dazustehen und zu sagen, hey, der Monat ist gut gelaufen. Und dafür habe ich diesen zweiten Ansatz der Rohstoffe und die laufen im Moment einfach exorbitant gut. Jeder kriegt es mit. Wir haben diese Inflationsdynamik. Inflation schiebt natürlich auch Rohstoffpreise an. Damit haben wir wieder unseren fundamentalen Vorteil in die Aufwärtsrichtung bei den Rohstoffen momentan. Und müssen nur darauf schauen, wie reagieren die großen Händler, wie reagieren die Hedger und die Large Spacks, die Fonds, die Hedgefonds, die in diesen Bereichen unterwegs sind. Wie positionieren die sich? Und da kriegen wir sehr, sehr gute Einstiegssignale, die wir dann eben in Richtung des fundamentalen Vorteils handeln wollen. Und das ist das, was wir da machen. Es ist ein sehr schöner Handelsansatz, weil der nicht viel Zeit braucht. Wir kriegen die wichtigen Daten, die wir verarbeiten, einmal in der Woche am Wochenende. Da stehen die Märkte still. Da hat man viel Zeit, sich gemütlich auf die nächste Tradingwoche vorzubereiten, ohne vor sich bewegenden Kursen sitzen zu müssen. Und das bietet sich halt an für jeden, der jetzt, ich sag mal, vielleicht noch einen Hauptjob hat, in dem er arbeiten muss, Vollzeit, jeden Tag und trotzdem gerne was am Markt verdienen möchte. Das ist ein idealer Handelsansatz dafür. Ja, wunderbar. Und vor allen Dingen, wenn es um Futures geht, geht es ja auch um das Thema Diversifikation. Diversifikation, dass man da eben noch weitere Anlageklassen mit reinholt, was man vielleicht mit einem ETF oder mit anderen Vehikeln nicht so gezielt abbilden kann. Von daher macht das natürlich auch grundsätzlich Sinn. Ja, bei dem Thema Commitment of Traders wird auch immer die Frage gestellt, bezüglich des Future-Handels, wie viel Kapital benötigt man dafür? Was würdest du sagen, wie viel Geld sollte man auf dem Handelsdepot haben, damit das sinnvoll ist? Naja, es ist im Prinzip eine Frage, wie viele Märkte man traden möchte. Es ist im Future-Bereich ja so, dass nicht jeder Markt den gleichen Wert hat, den gleichen Punktwert, den gleichen Tickwert. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und es gibt Märkte, die sind für kleinere Konten schon gut geeignet, wie zum Beispiel ein Kakao oder ein Zucker oder auch viele Mini-Kontrakte, Mikro-Kontrakte, die es inzwischen gibt. Wir können Mikro-Öl traden, wir können Mikro-Gold traden, Mini-Weizen, Mini-Sojabohnen. Und da können wir schon mit relativ kleinen Konten, sage ich mal, für den Future-Bereich arbeiten. Da liegen wir irgendwo in einem unteren fünfstelligen Bereich. Wenn man nachher in die großen Kontrakte möchte und will einen großen Gold-Future handeln oder vielleicht ein Silber oder ein Palladium, dann sind wir schon am Ende eher sechsstellig. Aber es ist eben eine ganz einfache Geschichte. Die Kontogröße, die bestimmt darüber, welche Märkte wir traden können und auch wie viele Märkte wir traden können. Das heißt, es ist gar nicht unbedingt ein Nachteil, mit einer kleineren Kontogröße anzufangen, weil wir ein besser definiertes Universum an Produkten haben, auf das wir uns konzentrieren können. Da sind vielleicht nachher fünf oder sechs verschiedene Basiswerte drin, die wir traden. Das ist aber unter anderem auch ein Thema im Seminar, ganz genau zu zeigen, welche Kontogröße ist für welche Produkte geeignet und was kann ich damit handeln. Aber ich sage mal so, Richtung 10.000 Dollar sollte man schon anfangen, ansonsten macht es im Futures-Bereich keinen Spaß. Ja, also ich hatte ja schon kurzfristig über das Kompendium gesprochen. Zusätzlich gibt es noch ein Einführungsvideo zum Thema Ichimoku von Martin Görsch. Das wird ja auch nochmal unten verlinkt in der Beschreibung des Videos. Und dort kann man sich dann auch gerne anmelden für die Webinar-Reihe. Martin, du bringst eben den Interessenten dabei, wie man Ichimoku Kinkohio richtig einsetzt, welche Indizierungen kann man daraus ableiten und was ist letztendlich der Nutzen von Ichimoku Kinkohio für Aktien für ETF-Picking, damit man eben dort auch einen Mehrwert hat. Genau das ist der Plan. So werden wir das machen. Vielen Dank.